Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunkengenuss für Geist und Gaumen. Heute verköstige ich wieder eine Zigarre für Sie. Und es ist diesmal etwas Besonderes, nicht so sehr bekanntes wie die Präziosen der letzten Aufzeichnungen. Da waren es ja überwiegend kubanische Zigarren. Heute stammt diese Zigarre aus Honduras, dort wird sie hergestellt. Der Tabak allerdings stammt aus Nicaragua und Kuba. Die Zigarre weist eine Länge von 12,4 cm auf und einen Durchmesser von ungefähr 2 cm, was einem Ringmaß von 50 entspricht. Und es handelt sich, um nun endlich auch den Namen zu verraten, denn ich denke, auf der Bauchbinde ist es von hier nicht zu erkennen, um die La Estancia Robusto. La Estancia ist eine Zigarrenserie, die von der Händlerfamilie Mehrapfel produziert wird. Eine in Fachkreisen sehr bekannte Händlerfamilie, Jeremy und Joshua Mehrapfel führen heute dieses belgische Familienunternehmen mit deutsch-jüdischen Wurzeln. Und sie sind Produzenten der besten und bedeutendsten Kamerun-Deckblätter, aber auch Händler und Vertriebler für Marken wie Patronen, Arturo Fuente und Eschten. Außerdem besitzen sie durch ihren Vater eine ganze Menge an kubanischen Tabaken, schon aus den Zeiten vor der Revolution. Und das ist das Besondere an dieser Zigarre. In der Einlage sind Tabake aus den letzten 60 Jahren verarbeitet. Also 60 Jahre alte kubanische Tabake, 50, 40, 30 Jahre alte, gemischt mit nicaraguanischen Tabaken. Und dieses ungefähr 50-50 Verhältnis in einem geheimen Mischungsverhältnis macht das wohl Besondere dieser Zigarre aus. Und wie besonders sie ist, dem möchte ich jetzt gerne auf die Schliche kommen und zu gucken, ob das alles nur heiße Luft oder heißer Tabak ist oder ob da auch wirklich ein entsprechender Geschmack hintersteht. Der Kaltgeruch ist ehrlich gesagt nicht sonderlich vielversprechend. Da ist nicht sehr viel auszumachen, außer leichten Holz und Grasnoten eher trocken. Hier vorne ist das Deckblatt schon ein bisschen angekratzt und kaputt gegangen durch die Lagerung in der Kiste. Aber das werden wir wohl hinkriegen. Und jetzt schneiden wir das gute Stück mal an und sagen in dem Kontext vielleicht noch, wer für die Götterfunken diesmal zuständig ist. Und da gehen wir ganz, ganz weit zurück in die griechische Antike, zweieinhalbtausend Jahre. Ich habe mir ausgewählt den griechischen Dramatiker Euripides. Euripides, der dritte der großen griechischen tragönigen Dichter nach Eschelos und Sophocles, lebte von ungefähr 485, 480 vor Christus geboren bis 406 vor Christus, ist für die damalige Zeit recht alt geworden. Und war, wie gesagt, der dritte der drei ganz großen und zu Lebzeiten nicht ganz so berühmt wie die beiden Kollegen, aber immerhin auch ein regelmäßiger Teilnehmer an den sogenannten Dionysien. Dazu später etwas mehr. Jetzt testen wir erstmal den Kaltzug. Das ist schon ein wenig interessanter. Das erinnert so ein bisschen, wer sie kennt, an die Epikür von Hoyos de Monterrey. Eigentlich eine schöne kubanische, mildere kubanische Zigarre. Die Lippen haben überhaupt keinen Pfeffer. Man nimmt nur eine sehr mild-süßliche Gras-Heu-Note wahr, während ich das gute Stück anzünde. Vielleicht röstet dieses vorstehende Deckblatt ein wenig an, aber es vorsichtig entflammt, werden wir dann ein paar schöne Röstaromen entwickeln und das Ganze schon mal auf Rauchtemperatur bringen. Vor dem ersten warmen Zug vielleicht noch zu Euripides. 90 Tragödien soll er geschrieben haben in seinem Leben. In seinem Leben, ja, in seinem Leben. Aber nur 20 ungefähr sind auf uns gekommen. Und die Götterfunken, die ich heute einstreuen werde, stammen auch nicht aus seinen bekannten Werken. Die kennt vielleicht der ein oder andere Theatergänger auch heute noch, denn sie werden immer noch zum Teil aufgeführt. Zumindest die berühmte Elektra, Medea und Ephigenie, die großen Frauengestalten der Antike, sind letzten Endes durch Euripides auf uns gekommen. Sondern sie stammen aus Fragmenten von Werken, die auch auf uns gekommen sind, aber eben nur in Splitterstücken. Aber diese Splitter sind teilweise sehr funkelnd und sehr geistreich, manchmal auch schneidend, und davon ein paar Götterfunken. Das ist für wahr, ein gottverhängtes Missgeschick, wenn einer weiß, was gut ist und es nicht vollbringt. Der Abrand der Zigarre ist sehr angenehm, auch hier sehr schön. Blauer Dunst. Und dann nehmen wir mal den ersten. Das ist wiederum komplett anders erwartet, hat mit der Epikur von Hoyle jetzt erstmal nichts zu tun. Der erste Zug. Zum Zugverhalten kann ich direkt sagen, es kommt viel Rauch. Es kommt eine Menge Stoff sozusagen an die Geschmackszellen im Mund. Aber was sich da tut, ist am Anfang noch recht verhalten. Es bleibt erstmal bei einer Holznote. Unterlegt von ein bisschen jetzt eher feuchtem, süßlichen Gras. Ein bisschen Richtung Erde. Ja, es hat etwas Kubanisches. Bei einer Blindverkostung hätte ich aber jetzt niemals auf Kuba getippt. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Es steht auch groß hier Tabaco Cubano auf der Bauchbinde unten drauf. Da sind ja, wie gesagt, diese sehr alten kubanischen Tabake drin verarbeitet. Aber bisher kann ich noch nicht jetzt den großen kubanischen Geschmack ausmachen. Auch nicht typisch Nicaragua, um ehrlich zu sein. Es ist eine bisher zumindest interessante Mischung. Ich meine das Wort hier nicht unbedingt despektierlich. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich in den nächsten Zügen weiterentwickelt. Eigentlich wollte ich erst im mittleren Drittel wieder zurückkehren. Aber die Zigarre hat mich überrascht und gefordert, dass ich mich eher wieder melden soll. Denn es tut sich gewaltig etwas. Nach den ersten Zügen schon, die eher verhalten waren und jetzt nichts Großes offenbarten, treten nun sehr schöne, waldige Aromen und Gerüche hinzu. Ich wünschte, Sie könnten den Raumduft zu Hause wahrnehmen. Vielleicht bringt die Zukunft das einmal. Hier kommen wirklich sehr schöne Waldaromen. Dunkle, geschmackvolle Früchte. Allerdings darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, als wäre hier ein Kompott ausgegossen. Sondern es ist wirklich alles sehr dezent in einem immer noch sehr stark nach Holz, insbesondere Zeternholz und Erde schmeckendem großen Rahmen gefangen. Aber es tauchen eben waldige Fruchtnoten jetzt auf. Und das ist doch sehr überraschend. Das hätte ich also so jetzt nicht gedacht. Bei der Asche muss man aufpassen. Die ist sehr empfindlich. Sie ist sehr, ja, die wird mir gleich wahrscheinlich das schöne schwarze Hemd etwas bepudern. Aber es ist vom Geschmack her wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Und wenn man an der Zunge den Rauch ein bisschen spielen lässt, vor allen Dingen da, wo man die bitteren Stoffe wahrnimmt, dann kommt auch so eine leichte Bittermandelnote, es ist kein Arsen drin, keine Angst, aber so eine leichte Bittermandelnote kommt dann noch dazu, die sich mit der Grundsüße der Waldigen sehr schön verträgt. Also da entwickelt sich doch etwas, was man so bei anderen Zigarren in der Hinsicht noch nicht geschmeckt hat. Ich zumindest nicht. Wird nicht jedermanns Sache sein, aber es ist durchaus hocharomatisch und sehr komplex. Und ich versuche dem jetzt nochmal etwas intensiver auf den Grund zu gehen und werfe Ihnen dann nochmal einen Euripides ins Angesicht. Wer leicht dem Zorn will, fahret, wird schlimm endigen, denn mehr als alles schadet Sterblichen der Zorn. Die angesprochenen Bittertöne der Zigarre verstärken sich etwas, aber nicht unangenehm, denn auch die Süße wird komplexer und so ergibt sich ein sehr runder, schöner Geschmack bei einer angenehmen, nicht aggressiven Rauchtextur. Und zu den Waldaromen, diese dunklen Früchte gehen etwas zurück oder deutlicher zurück. Es kommen jetzt eher hellere Früchte hinzu. Leichte Orange ist sogar zu spüren, kandierte Orange. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, also von diesen dunklen, eher zu hellen Früchten und dann diese Bitterkeit und die Süße. Wirklich eine schöne, geschmackvolle Entwicklung, die vielleicht nicht jedem gefallen wird, aber doch einiges bietet. Was der Zigarre meines Erachtens nach fehlt, ist eine gewisse Schärfe, ein gewisser Kick, der so ein bisschen den Gaumen noch kitzelt, aber vielleicht kommt das noch. Wir sind ja gerade im mittleren Drittel. Ich hoffe mal, dass sich da noch was ergibt. Vielleicht noch ein Wort zu unserem Euripides. Aus seiner Biografie ist relativ wenig bekannt. Er wurde auf Salamis, einer kleinen Insel vor der Küste von Piraeus, also dem Hafen Athens, geboren. Er starb in Mazedonien und war eben, wie gesagt, der dritte der großen, heute großen, noch bekannten griechischen Dramatiker. Der dritte, warum? Weil er der jüngste war natürlich. Und ich sagte es, er trat bei den großen Dionysien, bei den Wettspielen an. Das waren Feierlichkeiten zur Ehre des Gottes Dionysus, die in Athen immer so im März herum ausgetragen wurden. Und die letzten drei Tage waren also den musischen Wettkämpfen der Tragödiendichter gewidmet. Und jeder dieser Dichter hatte nun drei Tragödien vorzustellen, die miteinander in Verbindung standen, also aufeinander aufbauten. Und zum Abschluss ein Satyrspiel, ein sehr komisches Werk, ein unterhaltsames Werk. Und Euripides hat im Gegensatz zu den anderen beiden eine Modernisierung eingeführt, die den Menschen viel stärker in den Mittelpunkt, die das menschliche Schicksal viel stärker in den Mittelpunkt setzt. Und das ist es vielleicht auch, was uns heute noch so an ihm fasziniert. Er ist heute einer der noch viel gespielten Dramatiker überhaupt auf der Weltbühne. Die Menschen, nicht die öden Mauern, nenne ich Stadt. Jetzt, wo es langsam Zeit wird, die Bauchbinde abzunehmen und das dritte Drittel deutlich sich ankündigt oder wir schon reingeschlichen sind, wird es dann langsam Zeit, der Zigarre auch ein Zeugnis auszustellen. Ja, es kommt noch etwas Schärfe hinzu, aber es ist wirklich keine Pfeffrigkeit. Sie wird auch nicht wirklich stark. Sie bleibt im milden Bereich. Also von Pfeffer ist keine Spur vielleicht. Es kommt auch vielleicht von diesem Orangen- oder auch Zitrusfrüchten-Geschmack. Wenn man die Schärfe, die leichte Schärfe, die jetzt zum letzten Drittel sich hinzugesellt, beschreiben möchte, dann ist es eher eine Ingvernote. Also es hat eine fruchtige Schärfe. Und die macht das Ganze noch etwas abschließend interessanter. Das heißt, die Entwicklung potenziert sich. Sie fängt sehr verhalten an, wird dann nach den ersten Zügen, erst mal denkt man, ja, lohnt es sich, die weiter zu rauchen. Aber schon nach den ersten Zügen, ersten drei, vier Zügen, sagt man, ja, das lohnt sich, da kommt was, da entwickelt sich was. Dann geht es sozusagen hinein, erst mal in den dunklen Wald. Dann geht es hinaus in die Orangen-Plantage. Und jetzt zum Schluss kommt noch ein bisschen diese Ingwer-Schärfe hinzu, was das Ganze wirklich zu einer hochkomplexen Geschichte macht. Vielleicht auch diesen alten Tabaken geschuldet, die ja aus Kuba stammen und dann mit Nicaragua vermehlt wurden. Da hat die Familie Mehrapfel wirklich was Gutes geleistet. Die Fabrik, wo die tatsächlich hergestellt werden, konnte ich übrigens nicht herausfinden. Wenn Sie das herausfinden oder Sie das zufällig wissen, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es mir darunter schreiben. Ich weiß, sie wird auf Honduras gedreht, aber wo und in wessen Manufaktur ist offensichtlich ein gut gehütetes Geheimnis der Familie. Noch ein Wort zum Namen der Zigarrella. Estancia bedeutet eigentlich so viel wie eine Rinderfarm in Lateinamerika. Und wörtlich übersetzt würde es so etwas bedeuten wie Wohnplatz oder Heimstadt. Was man mit diesem Begriff aber dort drüben verbindet, ist vielleicht vielmehr so etwas wie die große Freiheit und die Weite des Landes. Und das soll wahrscheinlich auch im Zigarrennamen zum Tragen kommen. Ungefähr das, was wir mit dem nordamerikanischen Begriff der Ranch verbinden. Das Cowboytum, also in Lateinamerika, die Gauchos sozusagen. Dieses freie Leben, diese Freiheit, das soll darin zum Ausdruck kommen, in dem Namen La Estancia. Interessant ist übrigens auch, dass heute Morgen, bevor ich an den Dreh heute Nachmittag dieser Zigarre ging, Heute Morgen las ich einen Kommentar zu einer der letzten Zigarren oder zu einem der letzten Götterfunken, wo ein Abonnent darum bat, ob man nicht vielleicht mal ein Auto aus der Antike nehmen könnte. Und ich hatte den Euripides aber schon lange vor und er schlug den Seneca vor vom glückseligen Leben, den Philosophen. Und vielleicht kommt er auch irgendwann einmal, aber zumindest den Wunsch nach der Antike konnte ich hiermit ungewusst sozusagen dann schon erfüllen. Und ich hoffe, dass Ihnen dieser Ausflug in die alte Welt auch gefallen hat. Apropos gefallen, kommen wir zum Zeugnis der Zigarre. Der Zug ist durchweg tadellos, das kann man sagen, kein Schiefbrand. Die Zigarre selber hat eine durchgängig starke Rauchentwicklung am Gaumen, im Raum dezent, aber durchaus hocharomatisch. Und der Geschmack, wie gesagt, entwickelt sich auf der ganzen Breite immer mehr. Die Stärke bleibt im mittleren Bereich. Es ist eine mittelstarke Zigarre von schönen, komplexen Aromen. Aber wir müssen ein Wort zum Preis sagen. Die Zigarre kostet 7,40 Euro, was für eine Robusto nicht günstig, aber auch nicht teuer ist. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, welche Tabake, wie gesagt, teilweise bis zu 60 Jahre alt, hier drin mit verarbeitet worden sind. Insgesamt möchte ich sagen, hat die Zigarre wirklich gutes Zeugnis. Sie hat es vielleicht ein bisschen schwer, da sie hinter großen kubanischen Zigarren jetzt von mir verkostet wurde. Aber ich glaube, sie wird ihre Liebhaber finden. Und da sie etwas Besonderes, etwas Interessantes ist, würde mich natürlich die Meinung anderer Aficionados sehr interessieren. Sollten Sie sie mal verköstigt haben oder nach diesem Video verköstigen wollen, schreiben Sie mir ruhig in die Kommentare, was Sie davon halten und wie Sie den Geschmack empfunden haben. Ich freue mich immer über positive und nette Rückmeldungen und antworte auch meist, wenn ich es kann, recht gerne darauf. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal meinen üblichen Spruch Manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.